Ich überlege, was ich Lea sagen soll. Mit Julie läuft nichts, aber für eine Sekunde wollte ich es. Oh, was machst du denn hier so früh? Ich wollte nur nachdenken. Worüber? Gar nichts. Du denkst über gar nichts nach. Das ist sehr logisch, Miles. Sie wird fragen, bis ich es ihr sage. Es ist kompliziert. Alles ist bei dir kompliziert. Warte. Ist es die Niere? Ist alles okay? Nein, das ist es nicht. Weißt du, zwischen Julie und mir gab es diesen einen kurzen Moment. Oh. Oh, was? Du hast emotional betrogen. Hab ich gar nicht. Was heißt das? Das ist wie sich zu verknallen. Es gibt verschiedene Grade. Das geht von harmlos bis nicht so harmlos. Das war definitiv harmlos. Ich hab's gestoppt. Ich würde das mit Lea nie riskieren. Ich werd's ihr sagen. Du willst ihr sagen, dass da nichts läuft? Ganz genau. Unerfahren. Wieso willst du was sagen, wenn da nichts ist? Es sei denn, da ist was. Nein, da ist nichts. Ich will nur Lea. Ah, das ist mein Agent! Eine Sekunde. Larry? Warte. Mein Ratschlag? Bleib bei Lea. Larry? Sag was. Sag, dass Sie ein Angebot gemacht haben. Also das ist meinriesgelben... Ich verdiegel sometime. Ich Natauschau. Das war und meine Danke. Danke.